da ist unser heute wie war das noch mal die linke dings ich habe das gedrückt gehalten aber das nützt gar nichts ach hör auf doppelt tipp ok alte freunde ist doch erledigt ok was ist da doppelte rechts gar nichts doppelte links ist das protokoll ok doppelte bunten das ist eine uhrzeit und mit temperatur und sehr schön komme ja ich werde ich werde ich ein bisschen streichen ok so ja du bist super so aber rennen kann ich hier nicht ich kann jetzt so schnell gehen wobei es könnte auch am schnee liegen falsche boots da drüben so und das heißt ja nur dass mein zimmer hier das heißt ich könnte mich jetzt hier hinsetzen könnte mir dinge angucken und könnte hier speichern oder warte mal jetzt noch eine schublade also also ich kann immer noch nichts nehmen apropos warte mal wenn ich nichts nehmen kann wie sieht es denn aus angebrochene arznei kann ich mich mehr heilen ich glaube der der kreis der kommt erst wenn ich jetzt kann ich bestimmt auch mitnehmen genau ich glaube der kreis wird nur voller wenn wir wenn wir punkte verteilen oder besser werden die hälfte der vorzüge ungeöffneten gegenstücke okay ist nicht das problem so er steht hier irgendwie kommt er nicht weg ich hoffe der ist nicht bis zu uns relevant ach so warte mal wo war das jetzt nochmal das war hier ne hier nicht ach guck mal ich perspektive stimmt da gab es ja auch noch was wir können hier aus der ist perspektive spielen das kann ich mir sehr gut am pc vorstellen da wird es so ein halber shooter also ein bisschen weiter weg okay hier wollte ich nämlich kurz rein wenn ich jetzt wüsste was ich machen wollte verdammt achso ich wollte hier spiel speichern weil ich nicht weiß wie das spiel auto speichert machen wir es lieber zwischendurch ja ich will einen neuen speicherplatz ist alles okay da ist genug frei und wir haben zwei 3,8 prozent wuhu es geht vorwärts wir können nicht rennen okay wir werden sterben wir werden sterben hier ab hier mr morgan nein wir sind okay wir haben ein paar kuchen zu essen und einen rabbi für was 10,12 Leute wenn ich in der nacht ich will nicht hören was du hast in der nacht ich bin mir nicht mehr wir sind in der nacht wir sind in der nacht für 50 Tage und du hast es nicht zufrieden wenn wir weggezogen von Blackwater ich konnte nicht mehr in den nacht wenn die regierung die Leute verhüben die Leute die Leute werden zu spätig wir werden immer haben und wenn es braucht kann ich dich du bist du bist ich Nichts. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Okay, dann wäre er zur Futterbesorgung. At wenigstens haben wir einen warmen Mantel. Okay. Here, you take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal from miles around. You're never too old to learn. I imagine. So, kleinen Moment mal. Ich will eine Sache noch gucken. So schön das auch ist, ich hätte gern irgendwie die die Kamera oder irgendwie das Spiel nicht diese... Na, sag schon. Was ist denn dynamische? Okay, kann man... Nee, die will ich haben. Nee, mir geht's darum, dass nicht die schwarzen Balken kommen. Warum kann man das nicht vollbild lassen? Das wäre doch super, wenn man das vollbild lassen würde. Weil, ja... Tja, ne? Muss man mal gucken. Kopfwebe, Ego-Perspektive. Hier haben wir gar nichts. Und das betrifft auch nur die Ego-Perspektive. Gut zu wissen. Allgemein. Können wir da irgendwas ändern? Gewicht, Temperatur, Kernbonus? Nein. Äh, Steuerung auch nicht. Es geht nicht. Vor allem, habt ihr gesehen, Version 1116.8. Äh, die entwickelt schon mal hin. So, los geht's. So, ich muss wahrscheinlich nachher den Bogen auswählen. Wie geht's mit dem Bogen aus? Wie geht's mit dem Bogen aus? Wie geht's mit dem Bogen aus? Außer von dieser Hand. Das ist ein dumm Fehler. Es ist noch nicht schlecht. Es wird gut in einem Tag oder zwei. Ich kann nur nicht ein Bogen auswählen. Ich kann nur noch nicht ein Bogen auswählen. Ich hoffe, dass ich es nicht. Ich habe es nicht wirklich gut. Ich habe es nicht wirklich gut. Du bist gut. Also... Du denkst, wir werden etwas zu finden, zu töten. Es ist kein Driscoll. Hm. Es gibt Mieter hier sicher. Pearson weiß nicht, was er spricht. Jetzt ist das Wetter ein bisschen. Es wird ein bisschen geflogen. Es werden sie geflogen. Okay, ich kann jetzt hier aufbäumen. Puh. Es ist schon ein paar Tage, okay. Das Riechen nach links von Blankwater. Ich bin in den Sturm. So ein Mysterium, dieses Ereignis auf dem Boot, ja? Da ist irgendwie, da zappelt... Okay, jetzt ist es weg. An unserem Pferd. Wahrscheinlich unser Mantel oder so. Boah, das sieht so gut aus. Ich kann es nicht oft genug betonen. Also optisch haben die wirklich eine riesengroße Latte gegenüber GTA 5 nochmal oben drauf gelegt. Also der Vorgänger rettet Redemption 1. Den kann man nicht vergleichen. Versteht sich. Das ist aus der Konsole. Stellt euch mal vor, das ist auf dem PC. Okay. Ja, ich bin leise. Reise fährt. Versteht hier einen Moment. Ich sehe etwas. Okay. Ach so, der macht da was. Okay. 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 So, wir müssen wieder... Ich... Ich... Na, 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 na. Ja, doch. Also, äh, ich finde, ich finde die Steuerung noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Drücke, um die modifizierte Munitionsarten für diese Waffen durchzublättern. Was für modifizierte Munitionsarten. Hier kann ich auch nicht... Ach so. Äh. So. Ich weiß nicht mal, wo was ist. Ich hab's nicht gesehen. Kannst du Adler auch benutzen? Aha. Läuft das aber ab, das Adler auch? Eigentlich nicht, ne? RB, der... Äh. Ach, guck mal, das glitzert. Jetzt bin ich mal gespannt. Keine Ahnung. Er wird auch ganz... In welche Richtung er bindet? Dein Eing... Ach, hör auf. Warum ist das so komplexes Spiel? Wo ist die Fährte? Da wird selbst der Wind... Der Wind... Ich seh's. Da hinten. Da hinten. Down there. You see him? Are you ready with that bow? Ja. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Good shot. Now let's try for another. Wo ist denn noch einer? Aha. Indem du es rufst. Da hinten. Ich hab's doch gesehen. Es war doch Y. Oh, also 2. Müssen wir das hier ausweilen? Oder ist das nur... Erstmal wichtig, dass wir's haben. Ich nehm mal den Pfeil mit. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht machen. Oh. Er nimmt den Pfeil mit. Oder während ich das so sehe. Mit dem... Ach, guck mal. Jetzt verbraucht sich das. Die Sicht. Das war jetzt nur für das erste Tier. Ich hab nichts gedrückt. Das war doch so gewollt, oder? Da. Was? Was? Ach, guck mal hier. Töten. Tut mir leid, Tursch. Hohohoho. Achso, da war er Pfeil, nicht Y. Ach, die Tasten. Rehat. Bau weiter verbunden halt. Achso, damit erhöht sich die Reichweite. Können wir rennen? Ja. Ah, jetzt kommt's. Ich glaub, jetzt bewegt sich's. Das hat's cool gemacht. Ja, meine Ausdauer ist unten, ich weiß. Die baut sich gleich auf. So. Verstau das Ding hier. Oh, wir haben uns so schlicht. Ja. Wir haben uns so schlicht nicht geschlagen, ne? All right, boy. Auf alle Fälle haben wir jetzt erst mal für ein paar Tage zu essen. Siehste jetzt, jetzt will ich mal kurz gucken, wo sind wir jetzt? Wir sind ja weich hin geritten. Oh, ordentlich, ordentlich. Aber das ist alles eigentlich noch Tutorial, ne? Wenn man das so will. Okay, ich kann Tierkadaver abgeben. Das ist schon gut. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found them. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Sinnerin how things were, looking a couple of days back. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak. You've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Ups. Okay, sie haben also ein Kopfgeld. Oh, sie haben auch ein Kopf. Ever since we fled Blackwalk. We give the cab cook five minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up two more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salt and awful piercing was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with your O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last six months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Is this a beer? A beer, a comb, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. He must be real hungry. Stay well back. Springstorms like this are the worst for animals that sleep all winter. Okay. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Sicher, sicher. Wobei, glaube ich... Okay. Ich glaube, aber die Schrotflint ist besser geeignet, oder? Okay. Okay. Ach, das ist Titchen. Okay, go ahead. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? Five, six months? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just... I know you can run it alone. No problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Ja, da ist er. Sehr höflich. Certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Zehn Jahre? Oh, 20. 20. 20. Ah, okay. He always sees us right. Wie das aussieht. Oh. Okay. Oh, das ist ja super. Ah, wie ist er? Eingekommen. Oh, endlich. Wie lang das gedauert hat, ja? Krass. Aber jetzt wissen wir auf alle Fälle, warum die Bande so verschworen ist. Kann es sein, dass er noch weniger beweglich ist? Ja. Just... Was a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now, shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest your hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. You'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Okay, dann halten wir mal den Hirsch. Wahrscheinlich für Geld oder so, ne? Oh, oh. Ist nicht wahr. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Wie, das ist nackig. Es ist nackig. So, hast du meister hier, Herr Ersruhung, freigeschaltet. Siehe in deinem Protokoll nach. Okay, wenige Tage später. Oh, es wird immer wie Hammer, oder? Es wird immer wie Hammer, oder? Es hat ein schlechtes Wochen, aber... Dutch, being Dutch, he is busy making plans. And Dutch, being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respects, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. I owe you. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look at you. I was always ugly Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch. I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Oh-ha. All right. We're moving out. Follow me. Oh-ha. Look out! Yeah! 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 Vielen Dank.